ja willkommen mein name ist dann über die uns begrüßt euch zurück zu let's play v4 ich habe gerade ein bisschen geschlafen damit sie nach seht wenn wir wieder mehr intelligenz bekommen ja ich benutze strategisch er hat vorher haben wir weiter nicht so eine fallsteller basis gefunden wo ganz viele major und gegner und königinnen waren und so und ja da habe ich mir gedacht für sowas werde ich hier nicht bezahlt ich werde eindeutig zu wenig bezahlt ich werde gar nicht bezahlt das ist das problem wir sind immer noch auf dem weg zu ihm ist so dass ich nicht zu passen habe irgendwie so drei vier parts brauchen nur um erst den weg hin zu finden dann sind doch im ökert ein bisschen schilliger aber da schon fast alles erkundet haben wir sind jetzt so wie da und da ist der nächste gegner ich bin ein neues magazin kapazität von einem einfachen irgendwie stiegen ich war also zwölf schluss meinen zehn millimeter bis oder dort kommt irgend so viel vor es ist irgendwie sehr gut abgeschieden dieser eine weg ja mit bier macht meinst du mich ne habe ich sowieso noch nicht los geht ich muss meinen fett man mitnehmen muss den echt holen ich kriege probleme anderes x teil mitnehmen irgendwie wird das nicht so weit irgendwie zu starken gegner kommen kriege ich ein problem ja schon wieder fallen stelle na warte mal einen neuen freund haben jetzt bin ich 56 er sagt die türen soll ich ernst nehmen der tür fest was soll ich dazu sagen kopf 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 hier so was war denn das oh oh gott ihr pferd lasft mich durch ich habe keine ahnung was hier los was ist hier passiert wenn wir daten von kam er hält sich besser du bist schon wieder will ich sich ein mr briefkasten die selbstsicherheit ich werde zum helft land so was ich mir mal etwas essen rein dafür davon tp auf das war gemacht wegen steigt einen schaden sind drei minuten lang erheblich das könnte irgendwie weil ich irgendein besseren zeitpunkt was bringen 20 schaden resistenz höher unerfindbare zeit um ein bisschen zeit ja was du in der anhand bei torskrallen kralle das ist doch so viele gegner ach du kacke das ist eine power aber vielleicht irgendwann während des kampf mal aktivieren ich habe mich auch mal kannte als h irgendwie nirgends was ich ja oh mein gott ich habe ein bisschen selbst hier Oh ja. Wo ist er? dann sparen wir uns jetzt mal auf ja ich einfach über die türen damit zu machen wie gehe ich jetzt vor die power am morgen die bringt mir auf jeden fall ein bisschen mehr ging es überhaupt betreten werden als kampf ist ich hab meine an ich wollte nicht da hin weil ich wollte auch keinen vollen er werft die ganze zeit so blöden granaten richtig oh mein gott ein das ist ein ganz kampf Hey, was geht? Na, ich hab ne Powerarmor. Was ist denn jetzt? Eieiei... Wow! Kommt der Zweite her! Boah! Wo? Au! Ich hab erstmal 4 AP gesich grad. Alter. Wo? Ah! Du, komm her! Jetzt hab ich ja nicht um den Sohn aus irgendeinen Grund. Nein! Boah! Der andere. Hey! Ich hab 10 Stim Packs. Wir haben ein Problem. Mein Gott, hier geht alles den Bach runter in diesen Head-On. Ah! Ich bin gesträubt. Mann! Alter, es hat hier schwer. Oh, wenn ich mein Fatman habe, dann werdet ihr alle tot. Oh, ey! Oh, jetzt bin ich wieder hier. Mein Gott! Mein Gott! Was ist hier los? Wo ist der verkappte Longfellow schon wieder? Also ein Pisser hockt die ganze Zeit da drin, ne? Ich bin durchkämpfig. Nein! Ich bin durchkämpfig! Ich werde es mich mal machen, ey. jetzt kommt der nein das nur spielte eine hüte ich war ein apg langsam unter was soll hat da bin ich mir ein meiner pegel irgendwie langsam unter das macht eine krankheit bewegt sich doch wenn ich mir ein geschützt gehört wenn ich mit dem ender und fertig bin habe ich so wenig musikation irgend so ein typ hat echt irgendwie spaß mit seinen granaten ja das schädel ja das ist natürlich so schwer er hat sich nur da habe ich denn dann wie tun muss den pfex irgendwie okay weil ich so eine fähigkeit aber trotzdem ich habe dir noch nie im leben leben draus da oben muss ich auch noch reden kratz verdammt halter der schaden was mache ich jetzt ich denke jetzt hier gar nicht nach was ich machen soll die gegner die machen mich fertig dann kannst du dich mal irgendwo mal kommt schon der nächste und hallo ist er muss noch verloren irgendwo länger da irgendwie nicht viel aushält was ah warum sind die so stark gott verdammt ich hatte noch über die hälfte meinen hp das genau gesehen in meiner aufnahme verdammt das ist ein bisschen übertrieben ja verpiss dich der will mich schlagen es gibt ja keinen einzigen schuss ab aber ich habe keine taschenlampe daran sind super der tag wird immer besser ich gehe jetzt irgendwo da hoch hab sie das ist ehrlich ist das ist Augen ich man douglas ich muss ich mich ein bisschen später kann man dafür wahrscheinlich bei dem ich auch ein paar mal ich habe erledigt und das ist das passiert nein ich bin dich äußerst nervtötend ja 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 du bleibst liegen du bleibst liegen so eine paar arme an oder will ich mir noch ein jetzt kommt er geht man schon fast so ist entschlossen unter ebene neuer effekt und nun ist noch jetzt noch ein warum laufen da gibt es doch nicht noch irgendetwas dem pack einnahmequelle irgendwann hähnchenschenkel da oben übrig ja auch noch gar wie lange es dauert egal ob ich sterbe aber wenn wir in der nächsten folge platt machen let's play fallout 4 ich bedanke mich aber herzlich fürs zuschauen sage tschüss bis zur nächsten folge